Hoi zusammen! Heute ist es Zeit, dass ich Ihnen endlich mal Merci sage. Arigato! Obrigada! Asante! Danke! Ihr seid so tolle Menschen. Dich lieben mir immer so coole Kommentare. Tut aber liken und abonnieren. Ich bin wirklich so viel Liebe für das. Jetzt mache ich mal ein Video darüber. I'm scrolling. Scroll, scroll. Kommentar vom Roboboy03. Du fragst, laufen deine Videos auch auf SRF? Ja, z.B. online. www.srf.ch slash play Und manchmal, wenn du fragst, Fernseh, Fernseh? Da taue ich bei der Sendung Kulturplatz hin und da wieder auf. Zum Pendler-Video schreibt Marco Okra M. Wir regen die Pendler auf, die noch mit dem Auto unterwegs sind. Gehen endlich mit dem ÖV arbeiten. Ich brauche die Strasse für meine Güte. Und was ich noch dazu müsste beichten, liebe Marco. Ich war im Falle der Tag mit dem Auto unterwegs gewesen. Aber das bringt mich im Falle auf eine Idee. Eigentlich müsste ich auch einen Vlog machen über nervige Autofahrer. Du wichst den! F*** deine Scheisse! Und Marco, du kannst mir sicher noch ein paar Inputs geben, was für Autofahrer dich auch aufregen. Podcasts, DAs. Also ich switch mal ganz kurz auf Hochdeutsch, weil du schreibst ja auch auf Hochdeutsch. Und du schreibst, Alter, redet mal Hochdeutsch, wenn ihr schon für YouTube dreht. Bei uns da geht alles Rock-Zack-Zack-Zack. Für dich und deine Freunde aus Deutschland habe ich ja Untertitel. Organisation, Rock-Zack-Zack-Zack-Zack. Falsch, 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 Falsch. Eine YouTuberin, die Tamilin ist, gell? It's about time. Nanda, non raporte Superwoman. Und vielleicht bin ich eine Inspiration für andere YouTuber da draussen, die tamilische Wurzeln haben. Macht mit, ich fände es cool. Wilhelm Tell. Wilhelm, ich habe dich im Fall voll gerne, obwohl du mir echt scheisse findest. Er hat mal geschrieben, oh Gott, hört auf. Bitte. Und dann schreibt er noch, hey Tama, hab die Schnur. Wilhelm, gib es zu. Du findest mich toll, sonst möchtest du nicht mindestens zwei Videos anschauen. Auch Haters haben mich irgendwo durchgegangen. Oh, da habe ich einen Vorschlag von Lenax, der sagt, mach doch mal ein Video, wo Pavani mit Jugendwörtern Wie zum Beispiel On Fleek. Befragst du, ob sie so erraten soll, was es heisst? Leon, ich glaube, Miss Mami, kannst du einfach auch schweizerdeutsche Wörter fragen und sie käme dich nicht draus. Sie wäre auch schon so. Okay, yes. Das ist die Strategie übrigens von Camille in der Schweiz, die nicht so gut Deutsch kann. Einfach lächeln und winken. Smile and wave. Geronimo's Best schreibt hier, wir wollen Outtakes sehen von meiner bisherigen Sendung. Ich würde ganz ver... Ach, ich kann nicht mehr reden. Wollt ihr das mal in meinem ganzen Video sehen? Also, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir in den Kommentaren. Dann weiss ich, dass das ein Bedürfnis ist. Also, beim Langenthal-Vlog hat es einen gegeben, Michael Schär, der meine deutsche Kompetenzen in Frage gestellt hat und absolut recht damit hat. Er schreibt, Langenthal, dort wo die Schnützer Bagger heissen. Ein riesen Bagger. Und der Typ mit seinem Bagger... Baaaaaaaaaaaaaaaaaah. Bagger. Und Einfahrt, verboten Schilder, Stopp-Schilder sind. Ich bin zwischen zehn Stopp-Schilder. Ich bin Ausländer, okay? Ich bin Brun, falls man es nicht sehen. Also, meine Tamagotchis. Oh, shit. Ich habe ihn auch für meine Community in dieser Sekunde erfunden. Tamagotchi, the original Virtual Reality Pen. Ich lebe im Fall von euren Kommentaren. Ich finde es so spannend und die bringen so coole Ideen. Ich zahle weiterhin auf euch. Der Kanal wird immer wie besser wegen dir und dir und dir. Und du den einen, wegen dir auch. Ich weiß schon, wenn mich meine besten Freunde und meine Familie immer verlieren. Der ist schon seit drei Tagen da. Wenn wir den Namen geben, dann erinnert mich. Der ist, glaube ich, noch treuer als dir, denn hier meine Abonnenten. Hahaha. Hahaha. Hahaha.